Hans im Glück, das ist eine deutsche Burgerkette und ein Franchising-Unternehmen, welches 2010 durch Thomas Hirschberger gegründet wurde, der unter anderem auch die Cocktailkette Sousalitos ins Leben gerufen hat. Die erste Filiale wurde in München eröffnet. Mittlerweile gibt es über 90 Hans im Glück-Restaurants, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Österreich, Schweiz oder viermal in Singapur. Allein in München sind es 14. Bekannt ist Hans im Glück vor allem für sein markantes Birkenstamm-Design in den Restaurants, aber auch für die qualitativ hochwertigen Burger mit täglich frischen Zutaten. Neben Beef und Chicken gibt es auch ein umfangreiches vegetarisches und veganes Angebot. Salate Bowls und diverse Cocktails runden das Ganze ab. Wart ihr dort schon mal essen?